Dass man auch ohne vertieftes Fachwissen zu einem guten Sound kommen kann, beweist der Cyrus One. Ein Verstärker, der höchsten Ansprüche genügt und auch audiophile Ohren nicht enttäuscht. Die britischen Audiospezialisten von Cyrus Audio setzen beim One auf ein minimalistisches Design mit einem Hauch Retro. Ganz in Schwarz gehalten hat es auf der Vorderseite nur zwei grosse Drehknöpfe, um den Audioeingang auszuwählen und um die Lautstärke zu regeln. Alternativ kann die Steuerung auch über eine App erfolgen. Mit dieser kann neben den Eingängen und der Lautstärke unter anderem auch die Balance eingestellt werden. Auf der Eingangsseite hat es sechs Anschlüsse, inklusive einem für einen Plattenspieler, so dass man auch seine Vinylsammlung geniessen kann. Ausserdem ist es auch möglich, die Musik drahtlos zu übertragen. Mit APTX-Bluetooth werden Geräte wie Smartphones und Laptops so in kürzester Zeit zu einer hochwertigen Soundquelle, zum Beispiel wie das Inhalt vom Musik-Streaming-Service zu hören. Auf der Ausgangsseite sorgen zweimal 100 Watt für ordentlich Power. Beim Start wird jeweils die Impedanz automatisch auf die angehängten Lautsprecher angepasst. Auch der Kopfhöreranschluss ist hochwertig und bietet eine Top-Verstärkung. Insgesamt ein super Allround-Gerät für anspruchsvolle Hörer mit vielen Möglichkeiten. Ob Schallplatte oder Bluetooth, praktisch alles kann mit dem Cirrus One verbunden werden. Weil das Ausser aber auf das Nötigste reduziert ist, wirkt das Gerät edel und nicht überladen. Der Verstärker ist zudem intuitiv bedienbar und bringt die bestmögliche Soundqualität. 5.Europa 5.Europa